Ich brauche das. Sagt mich nicht warum, aber ich brauche das einfach. Ich weiß nicht, wo genau es die in Deutschland gibt. Vorhin wurde jetzt gesagt Lidl, Rewe und Kaufland. Ich gehe überall hin. Bei Lidl soll es doch sogar die großen geben. Ah, ich bin hype, let's go. Ich bin sogar sportlich unterwegs mit Fahrrad und so. Schaut mal, das ist rosa. Ich bin jetzt bei Lidl, ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll. Das ist nicht das, was ich brauche. So, ich bitte dieses Riesenei an. Da steht jetzt zwar nicht Miraculous drauf. Eine Zuschauerin hat mir gesagt, dass in diesen großen rosanen Eiern auch Miraculous drin war. Ich habe so Angst, dass es keins drin ist. Ein Ei kostet 8 Euro. Ich nehme zwei mit. Ich heule wirklich. Es ist mir runtergefallen und kaputt gegangen. Egal, ich bin nur das Spielzeug. Oh, schön. Es klingt nicht auf. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so krass über ein Spielzeug gefreut habe.